Strömungen Andere physikalische und für den Taucher wichtige Phänomene sind die Meereströmungen. Das Tauchen in einer Strömung kann sehr anstrengend sein und ist Ursache dafür, dass der Taucher viel mehr Luft verbraucht und nicht so viel Spaß hat. Wir wollen an dieser Stelle einmal die verschiedenen Strömungsarten betrachten. In der Praxis ist eine Strömung ein Fluss, der mitten im Wasser fließt. Viele Strömungen kann man sehen und man vermeidet Tauchgänge in ihrem Bereich oder plant sie in angemessener Weise. Eine leicht erkennbare Strömungsart ist die, bei der die Wellen nicht parallel zum Ufer brechen. Teilweise wird das Wasser durch die Brandung entlang der Küste gedrückt und es entsteht die sogenannte Brandungsströmung. Beim Einstieg und Verlassen des Wassers vom Ufer aus muss die Strömung entlang der Küste berücksichtigt werden, weil sie uns weiterträgt. Wir müssen kräftig schwimmen, um am gleichen Punkt des Ufers ein- und auszusteigen. Alternativ wählen wir besser eine Einstiegsstelle oberhalb des Punktes, an dem wir aus dem Wasser wollen. Dabei solltest du darauf achten, den am leichtesten zugänglichen Punkt als Ausstiegspunkt zu wählen. Wenn du also deinen Tauchgang unter Berücksichtigung der Strömung geplant hast, kannst du deinen Einstieg entsprechend weit oberhalb wählen. Es gibt noch einen weiteren Strömungstyp, den man oft in Brandungszonen findet. Das Wasser wird zur Küste gedrückt und gräbt auf seinem Weg zurück ins offene Meer tückische Kanäle als Rückflussrouten. Dabei entsteht der sogenannte Brandungsrückstrom. Du solltest gar nicht erst versuchen, in diesen Kanälen gegen den Strom Richtung Küste zurückzuschwimmen. Indem du im rechten Winkel zur Strömung aus dem Kanal herausschwimmst, kommst du in ruhigeres Wasser. Glücklicherweise kommen die für Taucher am tückischsten und gefährlichsten Strömungen nur sehr selten vor. Vertikalströmungen können den Taucher mit einer Aufwärtsströmung zur Oberfläche reißen oder mit einer Abwärtsströmung zum Meeresboden ziehen. Generell kommen Vertikalströmungen dort vor, wo eine parallel zur Oberfläche verlaufende Strömung an eine steile Wand stößt, an der sie vertikal nach oben oder unten abgeleitet wird. Auch hier ist die beste Methode, um aus einer solchen Strömung herauszukommen, sich im rechten Winkel zur Strömung und von der Wand weg zu bewegen. Die stärksten Strömungen jedoch, denen ein Taucher ausgesetzt ist, sind die Gezeitenströmungen.